Ich verstehe auch nicht, warum sie durch den großen Wagen gesprengt haben, manche auf den ersten, weißt du? Folgen die mir jetzt? Ich will es nicht hoffen. Hätte ich mal gar keine Lust drauf. Wieso haben die nicht den Panzerwagen gesprengt mit dem C4? Oh oh. Wechsel die Waffe. Ich bin hier. Na, wer ist da drin? Vielleicht sind es ja sogar, war es Männer jetzt? Wow. Ich wollte sagen, war es Männer, nicht war es. Der Typ ist echt krank, Alter. Was zum Geier, Alter. Aber endlich kommt er mir wieder vor, ne? Der kam viel zu selten vor. Ich glaube, seitdem man ausgebrochen ist, hat man den nicht mehr gesehen. Fand ich ein bisschen schade. Der hätte eine viel größere Rolle verdient. Ich hoffe, es gibt eben vielleicht so ein DLC, wo man einer seiner Männer ist oder sowas. Oder wo man sogar eher selbst, nee, eher selbst sehr doof. Habe ich dir schon mal schon gesagt, dass die Definition von Wahnsinn ist? Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte. Echt, ich dachte, der verarscht mich. So bumm, abgeknallt. Das Ding ist... Okay. Er hatte recht. Okay. Und dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machten. Und dachten, dieses Mal wird es anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird es anders laufen. Es tut mir leid. Aber mir gefällt nicht. Wie? Du mich anglottst. Okay? Entschuldigung. Warte kurz. Das kann ich jetzt gar nicht haben. Wenn dieser Dennis... Nichts gegen dich, Dennis. Du bist bestimmt voll der Nette. Aber irgendwie bist du jetzt gerade in den letzten 10 Minuten mindestens viermal on gekommen. Okay, dreimal. Ne, ich glaube, dreimal on und einmal hast du fuck by 3 gespielt. Nichts gegen dich, ich mag dich, aber... Okay. Die Sache ist getötet. Ich habe dich schon mal. Ja? So verrückt bin ich sicher nicht. Schon okay. Es ist wie Wasser unter der Brücke. Hab ich dir schon mal gesagt, dass Wahnsinn ist. Oh oh. Oh scheiße. Oh Mist. Der hat mir doch ganz bestimmt die Dings weggenommen, oder? Das Messer. Na klar. Oh Gott, die anderen hängen da noch, Alter. Oh oh. Schnell, 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 schnell. Luft, 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 Luft. Okay. Okay. Wow. Diese Krieger nimmt er nicht mit. So. Ach ja, wir haben ja gar keine Waffen jetzt mehr, ne? Gut, ja, dann muss ich die Shotgun nehmen, wa? Wieso habe ich immer noch Wasser über dem Kopf? Habe ich denn meine Kamera? Ja, na klar, die Kamera habe ich noch, logischerweise. Oh Gott, ist das heiß. So. Hat der noch? Genau. Okay. Was ich mich gefragt habe, haben wir denn noch die ganzen Kräuter und so? Ja, das haben wir noch. Okay. Das wollte ich gerade nur mal wissen. Das ist ein Sniper. Und der mich sieht anscheinend. Der sieht mich doch nicht, oder? Warte mal. Wir gehen mal eben hier oben lang. Ach, das ist doch außer E3, oder? War das nicht das allererste gezeigte Gameplay überhaupt von Far Cry? Der Helikopter. Da haben Sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Demnach müsste ich genau... Ha. Irgendwie muss ich den da oben loswerden, ohne dass die anderen mich sehen. Oh fuck, die sehen mich. Ja, vielleicht dieses Weißbrot. Warum? Ah, na, also. Das wollte ich denn... Oh man, jetzt haben sie mich doch noch entdeckt. Warte. Gib mir... Gib mir die. Okay. Okay. What? Oh, der Sniper, Alter. Okay, also ich kann den Typen von unten platt machen, aber er darf mich halt nicht sehen, ne? Gut, 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 gut. Das probieren wir nochmal. Das würde ich doch ganz gerne schaffen, ohne dass mich irgendeiner bemerkt. Das wäre richtig geil, wenn ich das irgendwie hinkriege. Obwohl, ich könnte eigentlich auch so eine Sniper aufnehmen, ne? Anstatt der Shotgun. Könnte dann erstmal jeden wegsnipern. Und dann könnte ich, äh... Und dann könnte ich ja die... Zum Raketenwerfer wechseln, wenn ich alle weggesnibbert habe. Ich würde den Raketenwerfer... Den Raketenwerfer brauche ich, glaube ich, noch für die Dings. Für den Helikopter. So, den Sniper will ich einmal im Visier haben. Den da unten. Gut. Die anderen werde ich schon so noch sehen. Hauptsache, den Sniper habe ich immer im Visier. Jetzt noch den Sniper da. Oh, geil. Haben sie mich schon gesehen? Ja, haben sie. Toll. Warum haben... Deswegen mag ich dieses System nicht. Weißt du, du musst nur A drücken, damit er das macht. Aber er macht es ja anscheinend nicht. Warum haben sie es nicht gemacht? Wie bei, wie bei, ähm... Sag doch schnell. Gott, wie hieß denn dieses Spiel jetzt? Dishonored. Wo du zwar springen musst, aber auch im richtigen Moment die Messertaste, also die Schwerttaste drücken musst, damit er auch zusticht. Das wäre cool gewesen. So finde ich das irgendwie merkwürdig, weil du musst halt nur A drücken, auf ihn drauf springen. Und dann macht er automatisch den Angriff. Das macht gar keinen Sinn. Diese Krieger nimmt er nicht mit. Na ja, gut, okay. Ach, warte mal. Jetzt habe ich seine Waffen ganz vergessen. So, und der hat ja noch eine AK, genau. Der Helikopter. Da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Warum machst du das nicht? Du dämlicher Nuttensohn. Was bist du für ein dämlicher, vollspastiger Bastard? Äh, warum macht er das nicht? Habe ich auf einmal die Fähigkeit nicht mehr, obwohl ich sie eben noch gerade noch hatte? Willst du mich irgendwie verarschen, oder was geht ab? Alter, leck mich doch mal fett. Was für ein Kinderkack. Ey, guck mal, tot von oben. Oh, hast du das Tutorial mal ansehen? Ah, bring dich über einen Gegner in Position. Okay, was für ein Symbol. Da ist kein Symbol, du Vollspaß. Ich spring mit A auf ihn, um ihn schnell auszuschalten. Ah, okay. Boah, ich erhalte fünffache XP. Das ist ja cool. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Bug, du Bastard. Ja, na klar. Die haben mich jetzt natürlich auch schon... Ja, na klar, entdecken die mich jetzt auch schon. Na klar. Natürlich. Ich hab's ja jetzt nicht anders erwartet, ne? Aber hey. Fickt euch doch. Schnell. Herstellung. Zack, 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 zack. Oh, ich bin tot. Ja, schade. Boah, ist das pissig, Alter. Der Ficker bei der E3 hat bestimmt irgendein... ...God Mode drin, damit er bloß nicht stirbt, Alter. Ist das hängen geblieben. Ist ja echt geil, wie keiner der abgefuckten... ...Fähigkeiten funktioniert, ne? Finde ich ja schon ziemlich awesome. Herstellung. Fähigkeiten. Zack, zack, fick deine Mutter ganz tief in den Arsch. Genau, zack. Wie viel Geld habe ich ja? Ich hab ziemlich viel Geld eigentlich. All die Backen da. Ich kriege diesen Krieger nicht mit. So. Gebe mir die AK. Gebe mir die Munition. Wenn ich hier wenigstens speichere... Kann ich jetzt eigentlich... Warte mal. Wenn ich jetzt hier speichere. Dankeschön. Hat sich das auch erledigt. Wollen wir mal gucken jetzt hier. Warte, wo ist er? Okay, bevor der kommt... Gucken wir uns nochmal schnell um. Jetzt vielleicht? Natürlich nicht! Warum, Alter? Fick dich hart. Fick dich richtig hart, ey. Es geht einfach nicht. Leckt mich doch am Arsch, Alter. Ganz ehrlich. Was soll der Kack? Ich bin sogar direkt vor seinen abgefuckten Füßen gelandet. Aber nein. Nein! Warum ging's beim ersten Mal? Warum ging's beim verfluchten ersten Mal? Hör auf zu rülpsen, du mutterficker. Leckt mich dieser Krieger, nimmt er nicht mit. Oh, du sollst ihn nicht betatschen, weil seine scheiß Waffe aufnehmen. Der Helikopter. Haben Sie sicher die anderen Krieger hingebracht? Oh, ich hab Alarm ausgelöst. Ist das ja ärgerlich. Oh, ich hab vergessen. Wartet mal. Haha. Ich hab vergessen. Genau. Davon bräuchte ich bestimmt noch ein paar gleich. Und schon wieder tot. Geil. Oh, ich freu mich. Ist das hängen geblieben, Alter? Ich hab grad voll Bock auf dieses hässige Hurensohn-Spiel, Alter. Macht richtig Spaß. Macht richtig Spaß. Wir haben alle Sachen, die ich vorhin ohne Leichtigkeit mache, nicht mehr funktionieren. Für mich im Penner kann ich mich nicht drauffallen lassen. Ich kann gar nichts machen. Oh, ich hab ne LCD-Armbanduhr. Geht er nicht mit. Der Helikopter. Da haben Sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Ich hab da was gehört. Na, es geht. Aber jetzt sehen Sie mich so, ne? Na klar. Äh, ich hab's nur. Du Bastard. Ich wollte grad sagen, wie das hat noch keine Alarm ausgelöst. Wundert mich ein bisschen. Haben die jetzt auch noch 100? Willst du mich verarschen? Hey Eli, eine Zeit verlieren. Was denn? Was muss ich überhaupt machen? Zum Eli haben wir nur gehen, oder was? Ich bin bei mir. Was muss ich denn tun, verdammt? Oh, das war mein Teller. Ja, scheiße. Was soll ich denn tun, bitte? Der Helikopter. Ja, was soll ich machen? Der Helikopter in die Luft jagen? Will den Helikopter wegfliegen? Was zum Teufel soll ich tun? Alter, ich fühl mich grad irgendwie in so einer muttergefickten Reha-Klinik, Alter. Wow. 40 Minuten und wir haben nichts erreicht. Wie ein Scheißdreck, was du tust, du Bastard. Der Helikopter. Da haben sich sicher die anderen Krieger hingebracht. Ach na klar, sie haben mich wiederentdeckt, ne? Also noch gab's keinen Alarm, also... Aber ich komm hier halt auch nicht weg, ohne gesehen zu werden, ne? Wo bist du? Hoppala. Du bist hier viel, du kommst mir nicht nach vorn, Reißbrot! Ach komm, 5 Minuten, das reicht locker, um alle Platz zu machen, oder? Überhaupt nicht einfach mal. Habe ich noch die... Ne, ich hab... Wo hab ich meine... Wieso hab ich keine AK? Wieso hat der ein Raketenwerfer? Ja, mhm. Ach ja, es ist so schön. Ach, das Spiel macht so einen Spaß. Ich kann nicht mehr vor Freude, ey. Ach, ist das toll. Ach, ich könnte so eine Ewigkeit lang spielen. Mach ich wahrscheinlich auch, weil ich dieses Scheiß-Level nicht schaffe. Wie ist das schön. Ach, nochmal. Okay, wir wissen ja, wie's läuft, wa? Durch die Höhle, die macht Spaß. Jetzt den muttergefickten... Bastard platt machen. Jetzt weiter schön durch die Wildnis. Dann den Ficker abstechen und dem Nutten so ein Messer in den Kopf werfen. Dann den Ficker abstechen und den Ficker abstechen.